So, wir kommen zurück. Jetzt geht's hier gleich weiter und ich höre irgendwie ärztliche Pudeln. Ach, da, über mir! Ja, nein! Ich bin durch den Berg. Echt jetzt? Ich probier's grad auch. Du bist nicht durch den Berg. Ich hab deine Höhle benutzt. Ich probier grad durch den Berg zu gehen, in der Hoffnung, dass ich noch was finde. Na ja. Also in die Richtung, die ich grad grabe, ist Westen. Wo bist du jetzt? Du, das wird dunkel. Herzi? Herzi ist weg. Ja, ja. Ich hab keine Fackeln mehr. Nur noch eine. Ich seh dich. Da oben. Jetzt der Ferg ist doch grade komplett gegangen. Ich hab's gehört. Ich seh auch deinen Namen schild, so ganz komisch. Oh, da hat's schon wieder Kies. Ja, mach halt alles kaputt. Jetzt bin ich durch den Berg. Weg da! Eeeh! Mann, hier sieht man ja gar nichts. Ja, ich hab keine Fackeln mehr. Ach, Mann! Hier sieht man ja gar nichts. Ja, ich hab keine Fackeln mehr. Ach, Mann! So, dann noch eine Charge to go. Wunderbar. Passt. Was machst denn du? Hey! Mach mir hier nicht zu! Das ist ne Treppe! Geht's noch? Ja. Nein! So, das ist ne Treppe! Ey! Mann, Mann, Mann! Ja, ja, jetzt gleich kommt sie wieder. MÄNNER! Nein! Wasser! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Da kommt Wasser! Ich hab hier drin Wasser! Oh, ne, jetzt geht's wieder! Oh, ne, jetzt geht's wieder! Oh, haha, ich will nicht aufs Sofa! Warum kommt hier Wasser? Es kommt hier Wasser! Oh, Erzli! Was machst du? Ja, was ist? Ich mach gar nichts! Ja, ja, das war jetzt mit einem Wasser! Kommt alles von hinten! Jetzt hör doch auf! Ich mach nix! Ja, ja! Du denkst jetzt, was, weil du hier grad kein Let's Play anhast hast, dass du hier solche Schatze machen kannst! Das Lustige ist, du musst niemals durch den Berg durchkommen! Warum? Weil du schon viel zu niedrig bist! Das wär schon meine Autorität in Frage! Aber ich kann ja mal deine Höhle nehmen! Och, ne, die geht ja noch tiefer! Na und? Na, mach mal so! Und warum komm ich dir entgegen? Ich seh nix mehr! Ich hab keine Fackeln mehr! Ich find hier nix! Oh, ich hab Kohle! Cool! Und dabei bin ich nur aufm Weg zu dir! Ich hör klimpern! Ich hör Mass! Oh, ich seh, ich seh deinen Namen schon wieder! Oh! Da klimpert's! Ich will auch! Ich seh dich lachen! Oh, hier hat sogar Eisen! Eis! Eis? Ich komm nimmer raus! Ich komm nimmer raus! Wage ich ja nicht, hier Wasser rein zu lassen! Ich komm nimmer raus! Das hat nicht funktioniert. Ich muss ja reinkommen und hierher machen. Das will er mich noch erinnern hier. Das ist ein Fahrstuhl. Ey! Puff! Oh! Da kam ein Kripo! Du blödes Mistvieh! Sind wir schon durch? Ach du hast meine Höhle genommen oder was? Ja! Ist das meine Höhle? Hä? Die Höhle ist so tough! Ja, ob du das glaubst oder nicht, das ist deine Höhle. Zombie! Der ist abgetaucht. Au! Da packt ein Creeper direkt neben mir. Ihr habt doch das Loch erst auf... Das war ein Creeper! Ein einziger! Der ist in die Luft gegangen. Ich geh auch gleich in die Luft. Nein, das brauchst du nicht. Naja! Die... Die... Sollet auch interessant sein. Die Regenbogen-Creper. Naja! Naja! Da ist so ein Creeper geben, das soll voll nervig sein. Der... Der kommt mit Lava. So ein Lava-Creper. Wird dich recht interessant an. Da kann man meinetwegen wegbleiben. Das hat der eine auch gemeint. Hey, da ist ein andermann. Ich will Hallo sagen, aber ich hab noch keine Richtung. Der Rewart steht oben auf dem Berg umher. Da hat wieder Erde ein Ball. Hey, was machst du mit meiner Mine? Niemand kommt mir allein. Hallo. Oh, Spinne. Spin, Spin. Aua! Mich verfolgt eine. Huch, da kommt noch eine. Hey! Hier läuft was, na? Komm her. Wolfi will nur spielen. Au! Au! Du hast aber viele Viecher bei dir. Die wollt doch nur zum Skelett. Da, schwindel. Au! Was war das? Na was, was kann explodieren? Das tut weh. Jetzt haben wir ja noch noch. Was ist das scheiß Skelett? Ich hab grad voll am Kopf ein, 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 wie heißt das? Pfeil gehabt. Au! Au! Ich hab nichts mehr. Au! 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 die haben sich an die hühner es ist wieder hell Nein! Mich hat das Ding gerade erschreckt, da war es grün. Ich wollte gerade aufrufen. Toll. Oh, schön, das schöne Getreide ist weg. Ja, das war gerade fast fertig. Das war fast gelb. Ja. Kotzigen. Heul. Das ganze Haus wurde umgebracht. Du stehst immer geschickt im Weg. Ja. Und ne? Ja, irgendwie. Ich bin schon, dass ein Verbot im Blut ging. Wo das Ding. Zum Glück nur ein kleiner Schaden. Wie man es nimmt. Sie lässt sich leicht reparieren. Mal gucken, wie sieht es denn aus. Drinnen ist nichts weiter. Alles noch gut. Ja. Ich drehe mich rum und dann guckt ein Grieche mich an. Ich habe nur noch grün und komisches Gesicht gesehen. Und er hat es bumm gemacht. Oh. 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 Wir sind ja ausschär blöd, gell? Ja. Warum wohl? Warum? Ach, da haben wir doch. Wir können doch bauen. Was? Damit die Gripper nicht mehr kommen. Ja, und was brauchst du, dass die Gripper nicht mehr kommen? Wo ist denn da? Aus dem Weg. Was? Geräusch? Schon wieder? Wo? Keine Ahnung, das kam von unten. Ja, ich hasse das Geräusch. Ich mag das noch. Gripper kommt trotzdem wieder. Ja. Ja, aber nicht mehr so nah am Haus. Da läuft schon um die Ecke und da steht ein Gripper. Was ich eigentlich immer vermeiden wollte. Hoppla. Wieso leckt das jetzt? Boah, ich kann sowas gar nicht leiden. So. Ich werde mich erst mal auslocken. Äh, und erst mal ein paar Videos rendern. später nur noch hochzuladen. Bum 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 bum. Also, ciao ciao. Tschüss. Ich mache erst mal hier Schluss. Man sieht sich im nächsten Teil. Tschüss. 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 Tschüss.